Ladies and Gentlemen, es ist wieder Zeit, Freunde. Ihr wolltet dieses Format, ihr feiert dieses Format. Polizei gegen Dieb, Leute, es ist wieder soweit. Und der Polizist tut mich schon bedrohen, nämlich es ist Stani und Amir. So, erstmal aufschreiben, so verbrechen, paar kraftiven Schmalspur sein. Oha, was er sagt, Alter. Ihr mit euch möchtet, GapFeradis, wollt heute die krassesten Fahrzeuge knacken. Und zwar, Leute, haben wir heute eine Special-Episode. Wir haben heute ein super Hacker-Motorrad, hatten wir noch nie. Ein Quad, hatten wir auch noch nie. Und hier hinten ein Formel-1-Auto zum Clown, Freunde. Ziemlich spannende Fahrzeuge, ziemlich schlechte Polizisten. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres... Ey! Pass auf. Stani, bist du gerade... Ich bin Zauberer! Ich würde einfach sagen, steigt in eure Polizeiautos ein. Stani, du weißt schon, dass du gerade gegen dein eigenes Polizeiauto geschossen hast, oder? Bro, oh, 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 die sind OP heute. Die sind OP heute. Fahrt erstmal weg, ey, ich habe noch gar nichts gemacht. Mach mal das hier erstmal hier, falls ich bin. Bro, rosa, guck mal, wie weit ein Polizeiauto abgeht. Guck mal wieder einmal. Ja? Guckst du? Wow! Bro, das Ding ist, guck mal, wie wir die Wheelies machen. Ich werde sowas von weg haben, Leute. Wir suchen unser erstes Versteck, Freunde, um die Polizisten zu überführen. Deswegen, Leute, let's go. So, Leute, ich habe das erste Versteck. Ja, Leute, das ist unser erstes Versteck. Ich hoffe, ihr euch gefällt das Ganze. Wir fangen ganz locker an gegen die Polizisten. Wie geht's euch jetzt mal, Officers? Ey, bloß sagen, was machst du denn hier? Wo, wo, wo? Ich habe ihn gefunden, Bro. Wo denn? Hier, Bro. Hier ist Fake-Polizei. Ah, komm. Aussteigen, Diggi. Bro, aussteigen. Aha, Fake-Polizei. Heute als Fake-Polizei. Aussteigen. Egal. Jungs, lass mich doch als Polizist sein. Ich habe gerade einen Einsatz, Jungs. Ich habe gerade einen Einsatz. Ich kann nicht ab, ich kann nicht ab, ich kann nicht ab. Ich kann nicht ab. Oha. Nein, eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Alter, guck mal, ihr geht einfach um unschuldige Polizei. Ja, man, heute Lager kann man niemandem mehr vertrauen. Wegen dir. Aha. Okay, interessant, interessant. Am Leins-Auto stehen vier Leute. Mhm. Bro, ich werde mal hier einmal einen Billiard spielen. Warum? Aua. Nein. Digger, du erwischt einfach genau mich, Bro. Guck mal, ich bin's. Siehst du, du hast einfach mich erwischt. Siehst du das? Nein. Bro. Warte, guck mal hinten. Okay. So, Jungs, wir müssen auch ein bisschen jetzt für Chaos sorgen hier, ne? Man muss auch mal ein bisschen schneller für Chaos sorgen, denn nur wer für Chaos sorgt, kann auch erfolgreich sein, stimmt's? Oh, verdammt. Das war, glaube ich, nicht so schlau, was ich hier gemacht habe. Ey, wolltest du mich rammen jetzt hier, Russik, oder was? Ja, ey. Ich habe hier, glaube ich, einen, ich habe hier einen Fehler gemacht, Jungs. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob das schlau war. Oh. Ich höre wieder jemanden. So, ich bin wieder da. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit planen, ne? Drei, vier, fünf. Aha, okay. Alles klar. Muss ich sagen, wo bist du da? Willst du mal ein Auto klauen oder so? Oh, mein Gott. Nein. Wer muss das hin? Eins. Oh, mein Gott. Zwei. Drei. Oh, mein Gott. Amir, du hast dich gerade einfach gesehen. Was? Der war ja am Würfelpark. Ja, ich war da, aber ich bin leider weg, Bruder. Ey, Russik, willst du da auch klauen? Ich habe ihn. Nein, hat er nicht. Ich habe ihn, er hat ein Auto. Nein. Er ist gesticken geblieben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er hat mich. Er hat mich. Da ist er. Oh, mein Gott. Ich komme noch nicht mehr raus. Am Würfelpark. Drumherum. Oh, da ist er. Oh. Ja, warte, da war er. Ja, da ist er. Da ist er. Jungs, Jungs, Jungs. Entschand dich. Jungs, entspannt euch doch mal, hä? Entschpannt euch doch mal. Jungs, was ist denn los? Hier. Jungs. Jungs, entspannt. Oh, mein Gott. Du hast mir gerade das Motorrad zugeworfen. Oh, mein Gott. Ey, ey, ist auf dem Motorrad. Bro, bro, wie gut war der Move von dir, Stani? Bro, warte mal ab. Ah, ist hier schlecht. Oh, mein Gott, ist hier dumm. Ah. Oh, mein Gott. Bro, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn. Es ist dumm. Es ist dumm. Es ist dumm. Danke. Oh, mein Gott, ich mach Knob. Ich mach Knob. Ey, was ist? Bro, bro. Schieß auf die Reifen. Schieß auf die Reifen. Handschellen sind drauf. Digga, gib doch auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was war das gerade? Habe ich bei euch auch in dem Zaun geballt? Ja, ja. Ja, ja. Oh, mein Gott. Handschellen, habe ich doch gesagt. Ja. Oh, mein Gott. Nein. Jungs, Jungs, entspannt euch doch mal ein bisschen. Entspan... Ah. Oh. Aua. Nein, ich kann das wirklich erklären. Einer weniger. Gib doch auf. Nein, auf keinen Fall. Oh, jetzt hat er mein Reifen. Ich habe so einen Reifen-Hempick. Ich habe so einen Reifen-Hempick. Ah. Jungs, Jungs. Ich kann das erklären. Wirklich. Wir können ja darüber hin. Jungs. Ah, Gott, ich bin. Was passt. Ja, nie mehr. Ah, 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 nie mehr. Jungs, Jungs. Ich kann das wirklich erklären. Ich bin geflohen durch den Sicherheitsausgang. Ihr habt mich nicht erwischt. Ich bin geflohen. Du hast verloren. Dein Auto ist weg. Jungs, ja, okay. Ihr habt mich nicht gebaut. Wie Pech kann man haben? Ihr habt mich einfach eingequetscht hier. Ja, perfekt. Servus. Servus. Ja, okay. GG, Leute. Ein Leben weniger. Wir gehen rüber zum nächsten Verstehen. Ähm, okay, Leute. Ich bin wieder versteckt, meine Freunde. Hm, großartig, hab dich. Check, check. Gesucht wird ein 1,68 Meter großer mit roter Jacke. Aha. Bekannt für Autosiebstehle. Okay. Okay, okay. Gut zu wissen. Nee, wirklich ist gut zu wissen, dass ihr... Bist du das, Stani? Bist du das hinter mir? Nee. Was? Ich bin das. Digger. Ihr seid so blöd, Alter. Leute, in der Zwischenzeit hab ich schon ein Auto von euch geklaut. Bro, was raubst du? Ja, doch. Habt ihr mal auf den Formel 1-2 angeachtet, oder nicht? Ja, dann bin ich doch gerade Idiot. Oh. Das ist... Ich bin bei einem Motorrad da. Becker-Motorrad. Das ist blöd gelaufen, Leute. Ey, das Quad ist weg. Das Quad. Das Quad ist weg. Das Quad. Das Quad ist weg, Leute. Richtung Grove. Richtung Grove. Nein, was redest du? Was redest du? Ich bin schon längst weg, Bro. Du hast... Du bist falsch gefahren, mein Sohn. Richtung Grove war ich vielleicht kurz, aber... Das war's dann auch schon wieder. Ich seh'n! Ich seh'n! Wie, du siehst mich? Was redest du? Ich seh'n auch! Ich seh'n auch! Richtung Berge. Was? Woher? Ich hab's auf der Autobahn gesehen. Ich hab's auf der Autobahn gesehen. Ich kenn doch deine Wege, Rusek! Du bist so schlecht, Rude. Niemals. Also, wenn ihr mich hier findet, dann hackt ihr. Wenn ihr mich hier findet, dann hackt ihr. 100%iger Hacker dann. Ich flieg' gerade aus. Ich flieg' gerade aus. Achso, ihr seid weggeflogen. Ja, GG, Jungs. Ich bin dann schon mal weg, meine Freunde. Hab geparkt. Laufe schon davon. Ist alles easy, Jungs. So, das war's. Ja, Glück. Glück im Unglück, Jungs. Glück im Unglück. Glück im Unglück. Zeig! Ich bin gar nicht auf den Berg gejumpt, Jungs. Viel Spaß beim Bergjumpen. Ich hab das Quad versteckt, Leute. BAM! Das nächste Fahrzeug ist weg. Was? Warte mal. Kann ich noch suchen? Nein, hallo. Ich bin schon... Ich hab schon längst geparkt. Warte, du hast... Weil du gesagt hast, du bist nicht gejumpt. Du hast versteckt, Digga. Hier gibt's so ein riesen Industriegelände. Bro, ich bin schon längst weg mit dem Auto. Ich hab's weggepackt. Schlüssel, genau. Und lauf schon tausend Meilen weg. Ausdessen, das Motorrad jetzt hier findet. Ist egal, hallo. Was... Das zählt nicht mehr. Ich hab's schon geklaut. Fertig, Leute. Wir gehen rüber zu den nächsten Fahrzeugen. Let's go. So, Leute. Wir machen direkt weiter mit der ganzen Sache. Wir haben zwei Autos, zwei Leben, wollte ich euch nur sagen. Falls ihr das vergessen habt, wie viel Leben ich hab. Ey, Russack, sag mal ehrlich. Ich denkst du, dass du gegen uns Elite-Kopf zu Chancen hast? Ja, hab ich. Bro, das Einzige, was du drauf hast, ist Zahnbelag. Ja, das denkst du, mein Freund. Wir müssen grad langgefahren, Schandi. Äh, Dings, hier beim VW1-Auto. Mhm, schön, dass du da vorbeifährst. Ich helfe euch mal. Ich helfe euch mal. Was ist das? Ich will was noch nicht machen. Hä? Eins. Drei. 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 Ich hatte ja einen kleinen Platz. Digger, du bist ja perfekt. Digger, kannst du mal das Motorrad in Ruhe lassen, Stani? Drei. Drei. Dier. Fünf. Bro, ich hab hier grad alles aufgeräumt. Hehehe. Ja, witzig, witzig, spitzig erscheinen. So. Das können wir hier noch machen. Jungs, das ist schon ziemlich, ziemlich lustig, was wir hier machen, ne? So. So. Und. Bro, er spawnt unsichtbare Wände, der Eklige. So. Ja, es ist eingesperrt, weil ich nicht das Formel-1-Auto klaue, meine Freunde, hä? Ja, Bro, pass auf, er macht grad Collision aus, denn er macht Collision aus, er macht Collision aus, fährt durch. Ah, okay, als ob ich das machen würde, als ob ich das machen würde. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Guck ihn dir an, Digga, guck ihn dir an. Ja, okay, könnt ihr mal das Formel-1-Auto nicht kaputt machen, bevor ich überhaupt drinnen sitze, meine Süßen? Bro, wir machen kaputt, was wir wollen, wie sind das Gesetz mit der Straße? Also das Ding ist, wenn es dann so ist, dann muss ich jetzt das Motorrad einfach klauen. Ich fahr jetzt grad Formel-1-Auto. So, okay. Eins, drei, drei, vier, fünf. Das Formel-1-Auto wurde umgeparkt. Oh nein. Oh, du machst es? Ich hab's, ich hab's. Bro, 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 danke für's Uppark, Bro, danke. Du hast gar nichts geraubt, ich gönne. Ich hab's, ich hab's, er ist Formel-1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist gecrashed, er ist dumm, er ist dumm, er ist dumm. Oh mein Gott. Stani, ey, du bist so ein Wacki, du hast grad das Auto umgedingelt. Und ich nimm's einfach... Okay, ich bin weg. Ciao, Jungs. Ciao, Jungs. Ciao, Jungs. Ja, Jungs, wenn ihr mich hier kriegt, dann geb ich euch jedem Geld. Aber ihr werdet euch niemals bekommen. Niemals. Es ist unmöglich, mich zu bekommen. GG, liebe Freunde. Stani, dankeschön für deine Hilfe. Ey, das Ding ist, Stani crushed das Auto weg. Ich renn einfach drauf. Er ist so, ups, ich hab das Auto weggeparkt. Und ich setz mich einfach rein. Und jetzt, Jungs, ich hab den Monster Jump gemacht, bin aufgeprallt, hochgeflogen, in ein Haus rein, auf ein Haus drauf, vorbei. Man kann mich nicht bekommen, es ist unmöglich, Leute. Oh, das war okay, das Auto ist auch okay. Es war sehr schnell, aber danke, Stani, fürs Umparken. Stani gemacht. Danke, Stani. Let's go weiter. So, Leute, es ist Zeit fürs Finale. Oh. Finale. Bro. Stani. Was soll... Stani, hallo. Warte mal, er macht einfach das Motorrad kaputt. Was soll das, Bro? Bro, das Motorrad ist kaputt. Ich bitte jetzt einen Polizisten auszusteigen, ins Motorrad sich zu setzen und das Motorrad zu reparieren. Weil... Hä? Das hat platte Reifen und alles drum und dann bitte eine einsteigen. Hallo. Officers. Oh. Ich bin Ghost Rider. Ich bin Ghost Rider. Bro, unfair, du musst einsteigen und die Reifen reparieren. Ja, los. Danke. Danke. Einmal bitte reparieren hier das Ganze. Perfekt. Bro, mein Auto brennt. Ja, ist gut. Ist gut. Ich hab dich, Russen. Wie? Hä? Nein. Woher? Was? Das war so klar. Was? Bro. Er war oben auf links. Er war oben auf links. Du warst so abgeleckt. Und ich weiß eben, dass du gerne auf Dacia bist und dann alles hier mit F9 und so. Nein. Was? Bro, du hast mich so hops genommen. Oh mein Gott. Ein Leben. Ein Auto, Leute. Last Chance. Let's go. So, Jungs. Okay. Ihr haftet mich. Ein Leben. Ein Auto. Das werde ich jetzt einfach schnappen und dann ist alles in Ordnung. Ja? Ja, los. Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay für euch, oder? Bro, es gibt ja kein Auto mehr. Alter, es gibt nur ein Motorrad. Du hast ja gar keinen Plan mehr. Bro, entspann dich jetzt mal ein bisschen. Du bist erstmal langsam. Oh. Aua. So. Was kann ich euch denn hier überraschen? Ah, ihr wollt das hier überraschen. Bro, lass einfach alle ab. Lass einfach alle ab. Ah, ihr wollt das nicht. Hey. Eins. Rosak macht beide Taktiken nicht schlecht, Bro. Was? Mach ich denn eine Taktik? Eins, zwei, drei, drei, vier. Und welche Taktik mach ich denn, hä? Die spawnen alle Taktik. Bro, das ist halt eine ganz normale Taktik, was sollen wir machen? Okay, ich guck mal, welches. Ja, das sieht auch v-neut-polischen aus. Rosak hat Mini-Auto! Rosak hat Mini-Auto! Oh, my God, nein! Hey, wo bist du hin? Hey, Rosak, wie schlecht du bist. Hey, es hier! Ey, das ist unsichtbar. Ich bin ein Baby. Ich bin ein Baby. Ich bin ein Baby. Ich bin ein Baby. Ey, das fliegt. Es fliegt. Jungs, ihr habt mich gerade nicht entdeckt, weil ich ein Baby war. Und deswegen habt ihr wirklich... Oha, ihr habt sogar platte Reifen geschossen. GG, Jungs. Aber wenn das Baby sich aufs Motorrad setzt, ist es wie quasi rein drin. Es hängt einfach mit dem Poppes nach... Bro, das hängt mit dem Kopf nach... Okay, Leute, das sieht gruselig aus. Aber wir haben die Polizisten über die Ohren geführt, Leute. Haben alle Autos geklaut. Und deswegen werden wir jetzt selber Polizisten. In 3, 2, 1. Let's go. So, Leute, wir sind Officer. Und heute mal ein anderer Dieb. Nämlich Amir, wo bist du? Diebte. Amir, sollen wir dich... Diebte, wo bist du? Oha, oha, wie die mich angreifen, Leute. Guck mal, ey, das Ding ist, ich hab's geschafft, alle Autos zu klauen. Ich wusste, dass das Motorrad am besten ist. Aber ihr hattet mich fast. Hätte ich nicht das Baby genommen, hätte ich auf jeden Fall keine Chance gehabt. Nee, das war nicht. So. Okay, Stani, wo bist du gerade? Bro, ich fahr hier gerade bei der Runden. Guck mal, ich togel dich jetzt einfach einmal, damit ich Stani verfolge, meinen Officer-Kollegen. So, bleib schön. Ja, damit er... Falls jetzt ein anderes Polizei runterkommt, dann hab ich mich direkt, äh, abgesichert. Clever, Russa. Clever, clever, clever. Ey, Amir, du musst den Autoklauen, das weißt du, ne? Wie? Ich dachte, ich muss nur zugucken. Mmmmm. Okay, ich glaub, das Motorrad wird er zum Schluss klauen. Ich glaub, er geht aufs Quad oder so. Ich fahr hier rollt um... Eins, zwei, drei. Ich bin schon lange weg. Was? Stani? Bro, ich bin schon lange weg, Digga. Bro, warte, warte, vielleicht ist er hier nur ins Parkhaus gefahren. Warte, warte. Ja, er ist hier. Ich hab ihn, ich hab ihn. Bro, ich hab ihn. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ey, ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen. Ey, wer wird der Pee mit dir geschossen? Oh Gott. Ey, hopp, da, ja. Das ist der Duttbeer. Bro, meine Pistole backt, meine Pistole backt. Ah, jetzt geht sie wieder. Meine Pistole auch backt. Nächster, ihr kleinen Ekelacken. Bro, hinterher, hinterher, hinterher. Ich wusste, dass er in die Garage fährt. Ich wusste es, ich hab's gerochen. Er fährt grad keine Ahnung wohin, Bro. Ich hab auch keine Ahnung, weiß. Nein. Nein. Tschüss, Jungs. Bro, das ist zu schnell, das Ding. Ja, das ist zu schnell. Tschüss, Jungs. Das Ding ist, er hat Glück gehabt, dass meine Pistole nicht ging, weil ich hätte in der Tiefgarage die Reifen weggeschossen. Ich hab ihn auch auf die Reifen geschossen, eigentlich. Ja, du hast mit der MP geschossen, du Ekelackler. Meine Pistolen backen rum, Bruder. Eigentlich stürzt du mein Auto jetzt nochmal reparieren. Guck mal, meine Pistolen backen rum, Leute. Guck mal, immer wenn ich reinzoome, zoomt er wieder raus. Ja, besser so. Jetzt geht's wieder. Du bist halt ein guter Schütze. Ja, irgendwie backen die rum. Ach, Mann. So, nächstes Versteck, mein Freund. Stani passt nächstes Mal besser auf, ja. Du hast ihn einfach gehen. Okay, er spawnt Wände, er spawnt Wände. Er schiebt Wände. Er schiebt Wände hier beim Motorrad. Okay. Passt du, Erbs? Okay, er macht hier Wände überall. Aha. Alter, du kleiner... Alter. Ey. Was denn? Warte, dann macht die selbe Taktik wirklich. Ich bestimme auf einem Dach und tue ganz entspannt seine Sachen spawnen. Hä? Bro. Ich seh den... Er ist auf dem Dach, er ist auf dem Dach. Wieso so leise haben wir hier plötzlich, ne? Bro, er ist auf dem Quart. Hä? Bro. Echt? Er ist auf dem Quart. Er ist auf dem Quart. Nein, ich komme nicht raus mehr hier. Komm zu mir, Schell. Tocke mich, tocke mich, tocke mich. Ich seh, ich seh, ich seh. Er fährt zur Polizei. Da, rechts, 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 rechts. Nee, Russa. Mein Motor ist gecrashed. Er ist gecrashed hier vorne. Er ist gecrashed. Äh, Kanalisation, Kanalisation. Bro, ich bin... Okay. Oh, was ist er? Hä? Hä? Nein. Wo ist er? Ja, ich bin teleportiert. Äh, nein. Ey, Bro. Oh, mein Gott. Bro, dieser Bug in der Kanalisation ist... Ich schaff's! Hahaha. Bro, dieser Bug mit diesem wegteleportieren, das ist ja so nervig. Guck mal, er ist wieder hier, Alter. Ende, Phoenix, Junge. Digga. Ey! Ey, geht weg hier! Deine Waffe ist weg. Dein Auto. Äh, ich hab's wegteleportiert. Nee, ich hab's geklaut. Ach, Mann. Ey, geh weg, geh weg. Ja, komm, geh weg, komm. Geh weg. Geh weg, geh zum letzten Fahrzeug. Du hast noch eine Chance. Bro, du hast noch alle drei Leben und ein Auto zu klauen, ne? Das einfachste Auto, Digga. Ihr seid so schlecht, ne? Bro, Bro. Ey, Stani. Ja? Ich sag dir ehrlich. Okay, er schiebt hier die ganze... Guck mal, ich schieb hier ab. Eins, zwei, drei, vier... Achtung, er schiebt die ganze Zeit die Sachen rum. Er schiebt die Sachen rum. Ich schieb den Opa hier ab. Eins, zwei... Oh, oh, ich hab Granate gemacht, Bro. Achtung, Achtung! Oh, okay, das ist auf jeden Fall nicht Armin. Ey, er ist aber nicht gestorben. Das heißt, ich muss... Bro, der ist einfach so weggejumpft. Das kann Armin niemals... Nein, nein. Ey, ich hab voll die gute Idee, Bro. Warte mal. Wenn... Wenn die ganzen Leute wegjumpfen von der Granate, heißt das, dass sie einfach hier... Oh, oh. Alter, Granat, du hast recht. Oh, warte mal. Ah, der ist nicht weggejumpft. Ich muss zählen. Statt, die Idee im roten. Eins, zwei... Knall ihn auf! Knall ihn auf! Schani, abhiel! Nein! Du hast dich gezählt! Du hast dich gezählt! Ey! Ey! Schani, schläfst du! Ich hab wieder abgeschossen, hä? Er hat mich durchlöchert, aber du hast dich gezählt, Rusty. Und hast einfach das Motorrad weggehauen. Äh, nein, hab ich nicht. Hä? Doch, hast du! Nein. Hä? Oh, hör auf um zu heulen, Jungs. Ich hab schon dreimal abgeschneid. Äh, geil, äh, äh, hä? WAL? Cheater! Du bist grad weg teleportiert worden! Wirklich! Ja, aber ich hab das nicht selber gemacht. Du bist doch in der Erde teleportiert! Äh, ja, oh. Ja, also! Ja, okay. Ein Leben weniger. Äh, viel Spaß beim Autograuen. Okay, let's go. Ah, 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 ah. Ich hab hier... Ähm, wir sind da. Wir sind da und ich... Ich werd direkt... Ich werd direkt diesen einen Typen zerfetzen. Eins, zwei, drei, vier... Ich hab's nicht weg. Bro! Alter! Ey, Armin, du spielst so unfair, du ekliger! Ach so! Ach so, dass ihr, wenn ihr eigentlich zählen müsst, macht ihr nichts. Guck mal, Liga! Ey, Bro, schieß jetzt auf die Reifen gleich, sag dir ehrlich. Dinger. Ey, ich sag ihm ehrlich, guck mal, ich will den Typen abschießen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dinger, er macht dir alles... Ja, okay, Bro. Bro, der nervt sich. Der übertrefft richtig. Er macht alles zu, weil das Ding... Er kommt, er kommt, er kommt! Er schnappt ihn dir! Ja, 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 ja! Weg in dir! Jawohl, 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 weiter, 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 weiter! Jawohl, Stani! Oh, ich kann nicht mehr fahren! Wie, du kannst nicht mehr fahren? Ey, wir haben dich, hallo! Hallo! Ich hab' schon zehnmal erschossen, Alter! Er hat dich einmal getroffen. Was redest du? Dich einmal hat er getroffen, Junge! Ey, ey, guck mal, es ist ein fliegendes Motor, es ist eh schon schwer. Wenn du schon tausendmal erschossen bist, bevor du drauf bist, dann musst du weg. Safe, Alter! Ey, noch mal, ein Leben, ein Auto, fertig! Junge, ich hatte so ungefähr... Stani hat dich perfekt erwischt, perfekt umgefahren. Perfekt, Stani, sehr gut gewonnen. Boah, ich hab' mindestens fünf, sechs Schüsse getroffen. Mindestens! Du hast ihn sogar überfahren, ja, wir gehen weg, wir gehen weg, let's go, let's go! Sooo, letztes Leben, bist du ready, mein Freundchen? Boah! Ich bin ready, meine Freunde! Shiny, bist du ready, mein Freund? Ich bin ready, gab's Zeit, Junge! Okay, let's go, komm, wir gehen hin. Er fährt schon... Hallo, wir waren... Was machst du? Digga! Was macht er denn? Digga, wir waren noch nicht mal da, er fährt schon weg. Bro, was ist das denn? Bro, was ist das denn? Bro, ey, was ist das denn? Digga, also... Wenn ihr schubbelt, schubbel ich auch! Digga, also bitte, also... Also... Bro! Alle drei Autos, erfolgreich! Was? Ja, erfolgreich! Das ist das selbe... Ja, Jungs, geht weg, ich verstecke mich, dann kommen wir und es sitzt schon im Auto und fährt weg. Hä? Nö, ich hab gewartet, bis ihr gekommen seid, bin ich eingestiegen. Bro, ich bin erst gerade gekommen und du bist schon weggefahren. Und Stani war noch nicht mal da! Du lange braucht es nicht mein Freund mehr. Also... Ich bin... Ey, ohne Spaß, Armin war gar nicht, Bro. Ne, also Leute, keine Ahnung, also Armin, das ist... Das ist Disqualification. Das... Safe, Bro! Oh, Leute! Bro, er klaut das Auto, ohne dass wir da waren, Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hab ich dann gewonnen, heutiges Battle, oder Armin? Also, das war von mir aus Schummlerei komplett. Oder Stani als Polizei, der war wenigstens die ganze Zeit nicht am Schummeln, Leute. Lasst ein Like, dann checkt die Jungs ab, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schummeln oder nicht schummeln. Ciao! Das war's an meiner Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Dиваем mal. Glась auf! Wie看 es dir? Nix! Wir sehen uns her, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Dramatische Musik Und bis zum nächsten Mal!